So, wir haben die Doppelläufige zum Draufhauen und zum Schießen. Ich habe scheinbar ein Haus entdeckt und ein Helikopter. Oh, okay, der kam jetzt überraschend. Ui, eine Mini-MP. Mini-Maschinenpistole? Da hat der Fall gefunden. Von wo kam der Spaß jetzt eigentlich her? Ach, wann kommt da so ein Kerl mit einer Mini-MP an? Loll, Kartenende. Ich glaube nicht, dass Eiswasser so gut für uns ist, aber okay, haben wir es jetzt so rausgefunden. Nein, egal, ich muss wieder ganz von vorne machen. Ich muss wieder ganz von vorne durchlaufen. Das ist das hier, dass hier diese scheiß Schnellspeichertaste nicht funktioniert. Ich kann da direkt... Okay, hol Schaufel und Spaten. Na, großer Adel, lass mich raten. Der letzte Schuss ging voll ins Leere. Ich habe hier gerade nicht hingeguckt. So, und ich bleib unten. So, ist nachgeladen. So, ich... Ich glaube, ich brüle mich jetzt mal mit dem Ding hier durch. Voll. Obwohl, die zwei. So, wie schon gedacht, ich bin jetzt voll Rambo. Oh, klar, ich habe die Schnauze voll von dem Kackspiel. Echt mal, das kotzt doch nur noch an. Jetzt mal wirklich. Ich habe... Ja, kalt die Klappeschlampe. Klappeschlampe. Jetzt mal ehrlich. Würdet ihr euch das gefallen, wenn ihr Schnellspeichern habt? Weil die Taste überhaupt nichts bringt? So, der ist tot. Auch nochmal, Muni. Auch nochmal ein bisschen Watt. Den habe ich direkt hier vorne erlegt. Das ist super. Aber ich will, dass meine Schüsse ein bisschen Watt bringen. Lauf ich weiter. Schön Schritt für Schritt. Boah. Wir kennen die ganze Kacke hier schon. Oh, ich drücke auch noch die Falschtaste. Interessiert mich. Ich verweck sicherlich eh gleich wieder. Blöd, wenn man nur eine Dopfläufige hat, ne? Da hat man nur zwei Schuss. Alter, senile Hopper. Ein wichtiges Dokument. Habe ich das vorhin auch schon aufgehoben? Egal. Versuche ich mal wieder mit der hier. Hör auf Jungs, der sieht scheiße aus. Der hat nämlich ein bisschen besseren Schnellschuss. Irgendwie so zu der anderen. Dann muss ich so klack und dann klack. Und hier kann ich bomben. Bäm. Und dann muss ich nur Deckung suchen. Nachladen. Und dann kann ich wieder zweimal draufhauen. Boah. Alter, das hat mich jetzt noch ein bisschen... Alter. Klappe, ich gucke mir gerade eine Leiche an. Aber jetzt mal ehrlich. HALTER, was haben die hier mit dir gemacht? What the hell? Wurzeln beide Gewehren die gleiche Munition? Lustig. So, ich weiß, dass ich gerade... Am besten hier runterkomme ich nicht. Und da kommt ein... Pisser. In der Mini-MP. Ach ja, super. Ich hätte 21 Schuss für den freundlichen... Helfer. Ja, klar. Vor allem war der Weg hier noch nicht da, ne? Was heißt, wie nicht der hier so'n Krach macht? Jo, Freunde, lasst mal schnell speichern drücken. Gemacht, haha. Ach ja, es bringt ja eh nichts. Hohohoho, ich hasse diese schnelle Speichertasse. Ja, klar, lad noch nach, während du umgeschossen wirst, 13. Die beste Idee, die man haben kann, ne? Idiot, echt mal. So zerlegt man heutzutage, Junge. Stellen wir eine Schrotwaffe ran, schleichen und dann voll von hinten wegschießen und das ins Gesicht. Ich gehöre nicht mehr. Lass uns rumkehlen. Merde mich, gib mir den Kopf aus. Hab ihn verloren. Du hast was. Würde sich, dass die auch hier nur irgendwie die zwei Synchronsprecher haben, ne? Ja, hi, Wunschbecht, ich höre dich ja auch. Ja, klar, lad dir am besten jetzt nochmal nach. So, dann kann ich dicht machen. Dann kann ich rum und nochmal auf dich. Dann mach ich dich. Dann mach ich dich auch nicht vom Nahen. Und danach laden. So. Warte, da kam auch noch irgendjemand auf mich, wa? Welche ohne Dreckzahlen hat nicht verstanden, dass ich gerade nicht zu scherzen aufgelegt bin. Am Iran, ich bin bald meine Medix wieder los, weil ich mich so ultra blöd anstelle und weil ich einfach ständig verrecke. Weil F5 nicht bringt. Ich kann ruhig doch doch auf die Taste dringen. Das wird trotzdem keine Änderung bringen. Am Iran, ich höre mich, als sie Wasserlaufen bringt mir das... Ja, klar, und jetzt läuft die Doppelläufige wieder voll auf Entfernung, ne? Ja, 13, bist du auch in Spaß, ne? Ja. Ey! Hoppa! Wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme erst wieder den lösen Part auf, ne? Weil das ist hier ja echt einfach nur noch... Ey, das ist echt blöd. Und... Ja, nee. Nee, 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 nee. Ja, das reicht für mich dann auch erstmal. Ich genieße das Warte in mein neues schwarzes Loch... Bild auf dem Desktop, denn das ist schön. Ich mag das, ne? Jo, demnach... Sag ich einfach mal auf... Wiedersehen! Reingehauen! Und so ein Scheiß! Jeder hat da seine eigenen Texte. Ich... Hab irgendwie noch keinen Standardspruch, den ich bringe. Ich bin aber noch am Entwerfen an einem Standardspruch. Ja, während der Schulzeit mache ich eigentlich momentan nichts anderes, als mir einen Standardspruch zu überlegen und zu zeichnen. Eventuell poste ich auch bald meine gezeichneten Bilder bei Facebook. Keine Ahnung, ob ich es tue. Keine Ahnung, ob ich es tue. Ist alles im Zufall belassen, also ich sage einfach Bye-Bye. Tschö!